Intelligenz besagt, dass man Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gleichheiten differenzieren kann. Das Unterbewusste kann gar nichts differenzieren. Habe ich in meiner Kindheit ein Erlebnis gehabt in einem Keller? Nehmen wir an, ich hatte da eine Großmutter und die hatte noch so die Auffassung, wenn ein Kind unartig ist, dann kommt es in den Keller. Jetzt mag es sein, dass ich im späteren Verlauf meines Lebens dunkle Räume nicht mag oder ich fühle mich unwohl, wenn jemand hinter mir eine Tür zumacht oder wenn ich in einem Haus bin, kann es sein, ich probiere, ob die Tür auch noch offen ist, weil ich befürchte, dass ich wieder eingeschlossen werde. Und das Unterbewusstsein kann also nicht unterscheiden und sagen, ja, das war ja damals, das war ja ganz anders, da hat mich ja die Großmutter eingesperrt. Das ist dem Unterbewussten nicht möglich. Es kann nur sagen, da war ein unangenehmes Erlebnis, da war eine Großmutter, da war ein dunkler Raum, da war ich alleine, da war eine zugeschlossene Tür und ich habe Angst gehabt. Und später kann eine zugeschlossene Tür bereits Angst auslösen. Und das ist das Element des Unterbewusstseins, warum wir auch mit Reinkarnation uns immer noch beschäftigen, weil wir sehr viele Eindrücke hierin gespeichert haben. Gut, zu diesen drei Bewusstseinsebenen hat da jemand eine Frage dazu. Ja, mich würde also interessieren, ist das das Unterbewusstsein oder ist das das Oberbewusstsein, welchen Zustand hat man im Schlaf? Ist es das Unterbewusstsein oder das Oberbewusstsein? Im Schlaf ist es ausschließlich das Unterbewusstsein, was die verschiedenen Eindrücke des Tages, die aus Unter- und Oberbewusstsein stammen, nochmals verarbeitet auf seine Weise. Im Traum assoziiert man verschiedene Eindrücke, Erlebnisse des Tages mit vergangenen Erlebnissen, manchmal auch mit zukünftigen Erlebnissen. Und der Schlaf ist eine unbewusste Verarbeitung. Man erinnert sich zwar an manche der Träume nachher noch und dann ist es auch ins Bewusstsein, ins Oberbewusstsein durchgedrungen. Aber das, was im Traum passiert, ist ein unbewusstes Verarbeiten. Wir kennen auch besonders die Wiederholungsträume, bei denen ganz klar herauskommt, dass ein Mensch ein bestimmtes Ereignis im Leben nicht verarbeitet hat. Deshalb wiederholt es sich im Traum. Der Traum, das Unterbewusste präsentiert immer wieder die gleiche Situation, weil hier noch eine Lösung gefunden werden muss. Also diese Voraussagen im Traum, dass man also irgendetwas erlebt, was man dann in Zukunft wieder erleben wird, das müsste doch dann eigentlich Oberbewusstsein sein. Ist es deshalb nicht wirklich, weil das, was man voraussieht oder voraussagt, eine bestimmte persönliche Bedeutung hat. Das ist nicht irgendein Ereignis in der Zukunft, sondern es ist meistens ein Ereignis, was man voraussieht, was mit einem Problem verbunden ist oder auch einer Problemlösung verbunden ist. Das kann durchaus etwas Positives sein, aber das, was dabei verarbeitet wird, war doch oft ein Problem. Und deshalb ist es so die Lösung zu einem Problem. Oder kann man auch voraussehen, dass eine Schwierigkeit durchaus kommen kann. Oder viele träumen ja einen Tod voraus oder eine Veränderung. Der Traum ist ja sehr verschlüsselt auch. Wenn es das Unterbewusste im Traum aktiv ist, dann kann es doch sein, dass es auch mit dem Überbewussten oder mit dem Bewusstsein kommuniziert, weil sonst könnte ich mich tagsüber nicht mehr an den Traum erinnern. Oder Wiederholungsträume lösen sich, können sich in irgendeiner Form auflösen, indem man im Traum die Situation verändert. Also ein Wiederholungstraum, der immer wiederkommt, plötzlich kennt man die Lösung und baut die in den Traum ein. Und damit ist der Traum vorbei, ist nicht mehr notwendig. Das heißt, das Unterbewusstsein kommuniziert mit dem Bewusstsein im Schlaf. Könnte man durchaus so sagen. Die drei Bewusstseinsebenen sind nie völlig voneinander getrennt. Es gibt immer eine Interaktion, eine Kommunikation zwischen den Ebenen. Das ist richtig. Nur wird der Traum hauptsächlich vom Unterbewussten gesteuert. Aber die Elemente, die man im Traum berührt, können sehr wohl Lösungsansätze sein. Man arbeitet Dinge ein aus anderen Bewusstseinsschichten. Man kann eine Intuition, ein Gefühl mit einbauen, die man vielleicht im Tagesablauf auch gar nicht beachtet hat, weil sie zu schnell ging oder man ihr keine Beachtung geschenkt hat. Und das ist richtig. Also die drei Ebenen sind insgesamt immer verknüpft miteinander. Mal schwächer oder mal stärker wahrnehmbar. Mal stärker wahrnehmbar oder mal stärker vom einen Bewusstsein her schwerpunktsmäßig gesteuert. Reinkarnation ist die Philosophie, dass die Seele ein ewiges Wesen ist, sich auf der Erde oder in der Materie aber verkörpert, sich Formen schafft, um sich weiter zu entwickeln, um sich Elemente anzueignen, bestimmte Erfahrungen zu machen, um von der Polarität wieder in die Einheit zurückzukehren. Dieser philosophische Hintergrund ist es, den wir uns in der Psychologie der Reinkarnation zunütze machen. Und es hat sich herausgestellt, dass jeder Mensch Rückerinnerungen hat an frühere Leben, ob er sie als solche definiert hat und erkannt hat oder nicht. Jeder Mensch kennt beispielsweise Déjà-vu-Erlebnisse. Man kommt an einen Ort, man scheint diesen Ort zu kennen, man befindet sich in einer Situation, die Situation kommt einem sehr bekannt vor. Es gibt altbekannte Menschen, man begegnet jemandem und sagt auch, es ist so, als ob ich den schon ewig kenne. Das sind solche Rückerinnerungen, wo jeder Mensch, ob er sich mit Reinkarnation beschäftigt hat oder nicht, doch so bestimmte Erfahrungen macht, ihm kommt etwas bekannt vor. Das kennt er von irgendwoher, ohne sich jetzt genau zu erinnern, woher. Frühere Leben zeigen sich beispielsweise in unseren Interessen, in unseren Hobbys, in all den Wissensgebieten, für die wir uns stark interessieren. Frühere Leben zeigen sich schon als Kind. Die Interessenslagen eines Kindes, die Neigungen, die körperlichen Ausdrucksformen, die es hat, die Aussagen, die ein Kind macht, enthalten oft sehr stark reinkarnative Elemente. Die Ich-Findung, die Identitätsbildung bei Menschen tritt ja erst im sechsten, siebten Lebensjahr ein. Insofern ist das Bewusstsein bis zum siebten Lebensjahr noch zeitlos, noch offen, auch zur Vergangenheit hin. Kinder haben auch meistens überhaupt keine Mühe, irgendetwas dazu zu sagen, wo sie früher mal waren oder was da vorher geschehen ist. Erst ab dem siebten Lebensjahr bildet sich das Ich. Und so langsam schließt sich diese Erinnerung, die ins Frühere hineingeragt hat, wieder. Und der Mensch kommt jetzt erst richtig hier an und wird sich jetzt auch als Ich in dieser Welt zurechtfinden. Bei Kindern und Erwachsenen kann man sagen, all die Interessensgebiete, die stark vorhanden sind, Begabungen, Talente beispielsweise, manche Dinge, die liegen einem einfach, man weiß gar nicht, woher man die kennt. Das kommt so von ganz alleine. Das sind Zeichen dafür, dass man diese Tätigkeit oder dieses Gebiet schon einmal ausgeführt hat, schon einmal sehr gut gekannt hat. Es gibt bestimmte Sprachen, die einem sehr leicht fallen oder man geht in ein Land und obwohl man die Sprache gar nicht gelernt hat, versteht man jedes Wort sinngemäß. Das sind Neigungen, die hier auf frühere Leben deuten. Umgekehrt können wir aber auch gleich dazu fügen, dass Abneigungen dasselbe aussagen. Denn Abneigungen sind auch emotional und fallen auch schon auf einen Boden, der vorbereitet ist aus der Vergangenheit. Es gibt Menschen, die machen einen Kurs und lernen das so mir nichts, dir nichts. Oder eine Sprache, die man sehr schnell lernt, ohne sich anstrengen zu müssen. Das sind so Hinweise, das kommt von irgendwo her. Es können Leute Schneiderbegabungen haben, ohne dass sie im heutigen Leben überhaupt jemals gelernt haben. Das ist einfach vorhanden, das ist einfach da. Das lässt darauf schließen, vorher hat man solche Tätigkeiten schon mal ausgeübt.